Wie stark ist deine Willenskraft? Das kannst du testen, indem du versuchst, 20 Sekunden lang nicht diesen Text hier unten zu lesen. Damit es einfacher für dich ist, kannst du einfach im Hintergrund schauen, was dort alles passiert. Also alles, was hinter mir passiert, ist spannender als der Text, das kannst du mir auf jeden Fall glauben. Ja, ich weiß, es ist verlockend, den Text zu lesen, aber ich glaube, du solltest lieber nach hinten schauen, denn da geht die wirkliche Action ab. Keine Sorge, es dauert nicht mehr lange, dann hast du es geschafft. Los, komm schon, die paar Sekunden hältst du auch noch aus. Und du hast es geschafft. Du hast die ganze Zeit nicht auf den Text geguckt, ich bin stolz auf dich.